Ich hab mein Zuhause gefunden, jaaaah! Ich bring mal ein bisschen TNT mit. Ach, ich hab hier mal drin. Bring TNT mit. Gute Idee, wir springen da den ganzen Berg weg, dann führ ich nächstes Mal auch wieder nach Hause. TNT tut nicht weh. Zumindest wenn du rauchst THC. Weißt du, was ein schrecklicher Irrtum ist? Wenn man TNT mit THC verwechselt. TNT, also Paulo. Kennst du das nie von ECDC? Natürlich von ACDC. Du sprichst das ja so aus wie mein Vater. Der hat auch immer gesagt, ICDICC oder ICDICC. Der konnte nicht Englisch sprechen. Bei uns sagen alle ICDICC. Und mein Vater nannte Marilyn Monroe auch Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Jetzt mach ich mich über meinen alten lustig. Aber der ist sowieso schon lange über den Jordan. Verschieden. Ja. Alle Menschen sind verschieden. Mein Vater auch. Na, bitte. Ja. Äh. So, wo war denn der Lost DJ mit seiner Base? Der war hier oben. Der war hier oben. Ich hab ein Ei. Das hau ich dir am Kupf. Der war ein Ei am Kupf. An einem Berg war der hier hinten. Hinter Kittenkurm das Tönnies Grube. Ich schmeiß mit Eiern. Nach dem Sumpf. Ah, ich sehe seine Eisenfarm. Ja, das ist doch ein gutes. Da wollen wir sehen wie deine Eisenfarm gegen 28 Klötze TNT bestellt. Okay. Du baust sie wieder auf, ne? Mal gucken, wie viel davon übrig bleibt. Hier sind ein paar Villager drinnen. Die ersetzt sie mir dann. Oh, das wird ein Spaß. Ich hab lange keine Villager mehr in die Luft gesprengt. Ich kann ja auch mal den Pillager aus dem Posten sprengen. Das wär doch mal was. Das wär was, ja. Tatsächlich. Hier hat jemand einen Craftingtisch verloren. Hier steht einfach so in der Gegend ein Craftingtisch. Oh, hier. Was soll der Craftingtisch da? Ich klau dir jetzt Kohle. Ich seh grad Kohle in der Wand hier. Nein, nein, nein. Und weh, du, du musst jetzt mal langsam essen. Ich muss das jetzt jedem Idiot, der lang kommt, sagen. Diesmal eigentlich. Die hat endlich ein scheiß Reisebeet. Äh, Bett. Kruz sich X-Norma. Na, ich brauch nämlich noch. Hey, du. Ich hab gleich einen Hund, der heute heißt. Honk, ich stehe eindeutig über dir. Du stehst über hier. I have a high ground. Ähm. Ja, wo bist du denn? I have all my high ground. Ich sehe dich. Jan. Was bin ich sehen? Honk. Du stehst auf einem Berg. Ah, scheiße. Was ist das hier für ein Loch? Alter. Mach doch mal deine Umgebung ein bisschen sicherer hier. Anstatt irgendwelchen Quatsch zu öffnen. Ja, das ist genau für solche Quatschköpfe wie dich fernzuhalten. Ey, ich hab was mitgebracht. Nein, ich hab kein TNT. Okay. Aber ich hab was anderes. Expert. Der Ellenberg ist kann man im Musikrhythmus bauen. Perfekt. Yo, yo. Scheiße, ich hätte die anderen Platten auch mitbringen sollen. Ich bin mal sehr gespannt, was ich hier raus baue. Ich wollte was für die Wille ich da baue. Komisch. Heute kommt das Stück eigentlich ziemlich gut. So Honk, dann gehört das jetzt mir als eingebaut. Das heißt so gerne. Ich hab mal die anderen Platten mitbringen sollen. Pickstep ist halt nur das absolut seltene. Ich glaube, es ist die seltenste Platte, die es gibt, oder? Weil die kriegst du... Da unten steht ein Bär im Keller. Ja. Der gehört aber Kittenkurmler. Das ist Kellerbär. Das muss mit Kittenkurmler ausmachen, wenn du den Bären trinken willst. Nein, nein, das ist Kellerbär. Kann man den nicht trinken? Ja, den kann man trinken. Kellergeister kann man nicht trinken. Doch kann man, wenn man sich unbedingt umbringen möchte. Nee, das Zeug schmeckt doch voll ekelhaft. Sag doch mal ehrlich. Du sollst ehrlich sagen. Jetzt sag doch mal ehrlich. Nee, du musst jetzt... Ehrlich. Ja, genau, genau, genau. Richtig. Ähm, Kevin, sag doch mal ehrlich. Ehrlich. Okay, herrlich. Er sagt ehrlich. Er hat es ehrlich gesagt. So. So, jetzt zünde ich mal Kittenkurm das Haus an. Ich habe ein Feuerzeug dabei, glaube ich. Zu haben. Sag mal, hold. Du könntest mir einen Gefallen tun. Ja? Welchen denn? Du könntest mit mir ganz kurz mal Diebslade farmen gehen. Äh, warum sollte ich das tun, Vögelchen? Hier steht ein Bär unterm Baum. Ein Bärbaum. Bärbaum. Ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Ich gehe jetzt keinen Diebslade farmen. Ich habe bessere Dinge zu tun. Ja, nach Hause. Hoink. Ja. Hoink. 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 Wir hatten da einen riesengroßen Phallus aus Bruchsteinziegeln hingebaut. Das kann doch nur der Kittenkurmler gewesen sein. Kittenkurmler. Das Ding sieht doch aus wie ein Pimmel. Kittenkurmler. Das stimmt doch. Alter, der Typ hat echt was zu kompensieren. Alter. Meinst du ein Berg oder was? Nee, er hat da seine Kathedrale gebaut und da sind solche... Der Berg sieht aus wie eine Robbe. Nee, hier Kittenkurmler hat hier eine Kathedrale ja gebaut. Und da hat er Türme drauf gebaut, aber die sehen aus wie... Die Kathedrale Maxima. Wie ein Dick sehen die aus. Wie ein Dong. Oh Long Dons. Oh Long Dons. Oh Long Dons. Oh ja. Oh ja. Calm down. Calm the fuck down. Calm down. Oh Long Dons. Oh Long Dons. Oh Long Dons. Äh, jetzt trinken alle ab. Long Dons. Long Dons. Long Dons. Ne, der hat sich einen eigenen gebaut. Der hat Obsidian in der Höhle gefunden. 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 Ja. Hat er dir geklaut. Von Vladimir Klitschko. Hör mir bloß auf. Ähm. Klatschkopf. Und wenn es Vladimir Klitschko sein. Das ist der gute Vladi... 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 was hast du gegen nazis eine schrotflinte ich wollte gerade sagen ak 47 ist langweilig keine ak 47 ich habe gerade was ich habe gerade was zu schlafen ein schrotflinte war eine flinze schießt immer mit schrot alles klar also das hat letztes mal besser geklappt und das mit horst die also das ist jetzt vorwerfen den habt ihr doch bestochen den aus die hast du mitmacht da hast du war hast du war letztes mal ein echter ein echter burner der hat das richtig aber nie hat das der hat das game gerockt digger durchgespielt er hat einfach durchgespielt ja und das ohne den ender drachen zu können ja gut aber allerdings haben wir das ja schon letztes mal festgestellt dass auch die menschen völlig durchgespielt hat weil er wir in den gesamten meter bauen hast du das mitgekriegt der hat grüß volle kanne einfach so baut einen meter ja das macht er immer er baut jedes mal ein meter jedes mal neu wenn ein spiel an das gibt doch mal bei mein kopf gab es doch ein bug womit dann an die oberwelt kam ich habe mal ich habe mal irgendwas davon gehört aber ich weiß jetzt nicht mal wie das im endeffekt war so mir fällt gerade auf ich kann ja eigentlich auch mal des nachtens hier slimes form gehen und das weil ich habe wo man müssen also ich habe auch immer ein bisschen in ein privatsumpf besitze ich stolzer landbesitzer halb land ist es dann in halb insel natürlich logisch aber wie schön ich habe die cat platte ich habe die cat platte ich habe mir jetzt die musikbox neben mein bier neben mein bett gestellt neben dein bier neben mein bier bei dir ist der debat apropos bier aber wohnt hier ach das kript nahe ist da kript nahe ist da kript nahe ist da ich auch aber dafür mache ich mir verzauberung ohne ende mit effizienz 4 ja du hast dich ja nicht auch nicht in der diamanten brustplatte mit effizienz 4 und schuhe jetzt hier aber ich habe einen helm mit knockback 3 das ist natürlich ja das kann man doch man kann einem doch den kopf in den bauchramm so stell dir mal vor du könntest so knockback 3 auf den helm und dann jedes mal wenn ich ein gegner schlägt irgendwie angreift wird er zurück genossen das ist so ähnlich wie sonst dann sonst mag ich gerne ich habe in meiner in meiner als single player habe ich für uns überall drauf das ist geil deshalb teilweise kündigt die man dann an die haben wir sonst gelett hast das viel freizeit hat ja 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 das kannst du dann durchaus schon mal vernichten ja im mw mehr und du vernichtest ist ja nicht fand ich sicher selber ja mensch das klingt nach deutschland wird ja dass das klingt nach deutschland 2022 eine tour dafür so langsam wird mein so langsam wird mein mein haus eingerichtet hier jetzt werden einige leute schreien und sagen das ist doch keine einrichtung das ist eine krankheit ich werde sagen ja das soll es auch sein ja bei wem war jetzt ein kuckuck wenn niemanden bei dir vielleicht zumal ist mein stuhl nennen tierpark weil der kriegt die ganze zeit aber was anderes reist wenn die erklären stuhl stuhl durch so oder was pflanzt ich mir den ball im russischen glaube da müsstest du dich ja auskennung dort ist da müsstest du auch im russischen sein also story heißt bestehen bleiben ja das ist story wie es der im sorbischen weil ich meine stuhl das weiß ich nicht zum russischen glaubst dort laut softball und dieser server leckt schon wieder warum kann man keine süßbeeren in blumentöpfe pflanzen verflixte axt das frage ich mich auch das stimmt das hätte so schön ausgesehen jetzt alter wo ja make it happen nur für mich dort das schmeißen wir doch gleich mal und wie eine master ball ist aha meine alten lieblings blumen die 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 hellblauen sumpf blumen die hau ich mir da oben rein ja mit denen habe ich auch gerade die uns geholfen farbstoff verprügelt und klar das sind meine lieblings blumen kannst du nicht einfach zu farbstoff zerbrügeln das schön aus auf die musikbox kommt auch noch einer schuldigung leute von heute dass ich hier immer hin und her laufe und irgendwelche dinge holen und weg bringe aber es ist nötig heißt die wand an wenn einer sagt scheiß die wand an sage ich immer was sollte man für einen grund dafür haben wenn man nicht gerade sie braun streichen möchte da hast du eigentlich schon mitgekriegt meine katze in minecraft im single player wie die heißt die braune dj nein wären herr von braun unglaublich bist du nur darauf gekommen und manche leute die denken dann wie kannst du denn nur sowas machen weil die natürlich sofort gleich denken drittes reich also die meisten die meisten vorteile hat nicht etwa hitler von werden von braun gezogen sondern die amerikaner wir haben den ja schließlich was ist denn das für eine was machst du denn da schon wieder für kacke kevin 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 lasst das ja ich habe keine kohle mehr leiter kate zum kohle brüste wir haben es schon wieder halb 10 scheiße entschuldigen natürlich das heißt ja der kevin ist nur noch nur noch anderthalb stunden hier ja exakt und du lieber jan das wird sich ergeben okay ergibt dich so ergibt dich immer rad und schwein und ich weiß schon den den tobi brauche ich gerade nicht zu fragen es ist nicht das nur nach es sich anhört dieser scheiße er bringt mich wort der was doch gar nichts gerade doch bei mir was ich hier für eine leckparty habe ich heiße tun nicht tobi leite ja tobi leite das ist alles aber nicht tobi leite das ist schon andere topic nicht topik habe ich auf der arbeit warum habe ich eigentlich keinen verzauberten bogen oder warum laufe ich mit einem warum laufe ich mit einem unverzauberten aber das ist nämlich unser unser glücksschweinchen unser topic ja unser bester mitarbeiter interessant interessant sehr so weil das ist ja schon wieder hier das bilder gar nicht wissen denn er ist noch er ist noch nicht so lange da der gute jan der ist noch nicht so lange da kannst du auch mal den ofen öffnen wenn ich ihn aufmachen ich werde immer zurückgepackt und dann werde ich wieder vorgepackt ist das nicht gebatten tobi was machst du denn gerade ich habe so viel kram aber ich habe keinen verzauberten bogen moment mal ich muss unbedingt bogen verzaubern ich habe 29 1 halb erfahrungslevel was würdet ihr empfehlen jetzt mal ehrlich was würdet ihr empfehlen was ist die beste tiefe um kohle zu bekommen so bei 76 ja ehrlich ehrlich gesagt ziemlich nah am oberfläche gibt es denn hier vielleicht irgendein gebirge das mal eben angraben könnte ist das passiert da er ist gestorben alles noch richtig verstanden so sieht es aus wir haben wir haben aber fast zimmer nicht mehr die kette und ich ernte meine warzen kommt somit beendet oder skelett vielleicht nicht lassen wurde die suchst was die warzen an irgendeiner brust natürlich ich wollte ja noch was machen das nicht recht diese dann zu ernten ich will die katzen schallplatte haben katzen schallplatte ich habe hier keine nachbarn das ist meine insel wer sich aufregend fliegt ich habe noch hier meine musikbox und die habe ich mir oben neben das bett gestellt und jetzt bin ich unten im keller und pflanze meine warzen keine magischen bohnen dann gibt es hier unten im keller eine gas explosion geben das wäre nicht gut grubengas soll vorkommen so vorkommt ovarisch ich muss unbedingt ich muss unbedingt meine warzenplantage vergrößern die ist viel zu klein hast du nur zwei ich habe ich habe mehr das ist ja so dass die bergleute die pfeifen ja immer so komisch wenn sie ihre musik da machen ich kenne das ich kenne das aus dem polnischen berg landen dass da die bergleute in ihrer musik machen also bitte alle musik laufen lassen wenn ich jetzt hier wenn die alten alten russischen filmers dass der auch immer ja stimmt stimmt ist auch so klingt immer wie wende zwei fingern mund nimmst und pfeilz genau so machen die das wahrscheinlich auch was was war